Die meisten kennen ihn durch seine Aktivitäten als Investmentbanker, die wenigsten wissen aber, dass Gerald Hörhahn in der Vergangenheit auch mal bei einer Unternehmensberatung war, genauer bei McKinsey und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Wir wollen darüber sprechen, wie das damals war, was die Beweggründe waren und wir wollen darüber sprechen, ob er jungen Menschen heute noch dazu raten würde, diese Karriere anzustreben. Lieber Gerald, hier im brandneuen Studio in Wien, sag gerne einfach mal direkt, was hat dich damals motiviert zu McKinsey zu gehen? Also bei McKinsey war ich eigentlich in einem Bereich tätig, der nah am Investmentbanking war, nämlich im Corporate Finance Bereich. McKinsey hat das damals aufgebaut, hat aber daran interessiert, diesen Bereich zu erweitern, auch unter zwei sehr berühmten Direktoren, die das gemacht haben und wollten in den Bereich Fuß fassen. Und deswegen bin ich eben von JP Morgan zu McKinsey gegangen, weil sich eben die Möglichkeit ergeben hat und McKinsey auch ein attraktives Angebot gemacht hat. Das heißt, ich war eigentlich in einem sehr ähnlichen Bereich wie im Investmentbanking tätig. Got it, okay. Was bedeutet für dich denn von der Definition her richtig gute Unternehmensberatung? Was ist da dein Verständnis? Es gibt meiner Meinung nach drei Arten von Unternehmensberatern oder vielleicht ein bisschen mehr, aber das erste ist einmal der sogenannte Restrukturierungsberater. Das ist einer der Kernaufgaben, auch die viele der großen Beratungshäuser haben, dass sie eigentlich dem Vorstand, der sagt, wir wissen, wir müssen Leute entlassen und wir müssen restrukturieren. Nehmen wir es mal, die Basis dazu gibt, dass bei Aufsichtsräten, Betriebsräten, den Medien und anderen Stakeholders zu argumentieren, wo dann ein Gutachten dasteht, sagt, okay, ihr müsst diese Dinge abbauen, ihr müsst das und das machen. Also das ist mehr so, um die Pläne oder das Wissen des Vorstands mit einem Rabastemp zu verstehen. Also mittlerweile ein sehr großer Teil des Ganzen. Das zweite Thema ist natürlich, dass Konzerne oder auch Unternehmen in eine andere Richtung gesteuert werden, eben strategisch oder sich auf neue Herausforderungen, neue Märkte einstellen müssen. Da war früher, wie die Welt noch nicht so global war und die Information noch nicht so global verfügbar war, waren die Unternehmensberater wichtiger als heute. Weil heute kann man viel bereits aus Literaturmedien entnehmen, was früher nicht möglich war. Die Welt ist auch viel vernetzter. Das heißt, dieser Vorteil, den McKinsey oder BCG mal früher gehabt haben, ist heute nicht mehr in dem Ausmaß vertreten. Das dritte Thema sind natürlich alles IT- und Digitalisierungsberatungsunternehmen. Da sind sicherlich im großen Stil beispielsweise Accenture tätig. BCG hat auch einiges in dem Bereich zugekauft. Und auch die anderen versuchen es mit mehr oder weniger Erfolg. Dann gibt es natürlich auch in dem Bereich viele kleinere Anbieter, die tätig sind, teilweise mit sehr großem Erfolg, teilweise mit mittlerem Erfolg. Mittlerweile sind auch gerade im Finanzbereich auch die Steuerberater, die beginnen dieses Thema zu erforschen. Beginnend natürlich auch mit den großen Wirtschaftsprüfungskanzleien, die sich schon für sich erkannt haben. Und dort, glaube ich, wird ein sehr großer Teil des Wachstums hingehen. Und dann gibt es halt noch immer Spezialberater für die verschiedensten Themenbereiche, wo jemand sagt, er braucht halt spezielles Know-how. Das kann sein Förderungsberatung, das kann sein Finanzierungsberatung, das kann sein rechtliche Beratung, die nicht direkt vielleicht mit einem Anwalt sofort zu tun hat. Das kann sein eben Beratungsbereichen, Online-Marketing, Branding und so weiter. Also da gibt es sehr spezifische Faktoren, wo es natürlich auch entsprechende Nischenplayer gibt, die auf eine Branche oder eine Industrie spezialisiert sind und dort auch entsprechend erfolgreich sind. Also zum Beispiel schon lange hat Oliver Weimann dieses Geschäftsmodell gehabt, sich auf Banken- und Finanzdienstleister zu fokussieren und in diesem Bereich sich eine starke Marktposition aufzubauen. Wenn du an dich damals zurückdenkst, was hast du damals gelernt? Also sagen wir mal so, das meiste, was man ja gelernt hat, wie große Konzerne ticken. Und was ich auch gelernt habe, als Angestellter zahlt man 50 Prozent Steuern und das wollte ich nicht. Das waren so die Kernaussagen, wobei McKinsey ein guter Arbeitgeber, also McKinsey behandelt die Leute gut, McKinsey bringt die Leute viel unterwegs. Aber ich sage mal so, am Ende ist es natürlich, zeichnen wir Folien und mache gewisse am Anfang Analyse-Tätigkeiten und mache gewisse Modelle und mache Research. Das sind so die Anfangstätigkeiten. Und je nachdem, wie gut sich die Partner oder die Manager auf dem Projekt auskennen, können halt dann die Anfänger oder Juniors dann entsprechend mehr machen, was bei mir teilweise der Fall war, weil ich mich halt mit Finanzen immer gut ausgekannt habe. Ja. Hast du noch Kontakt mit Leuten von damals? Ja, ich meine, McKinsey ist ein gutes Alumni-Netzwerk und natürlich trifft man sich immer wieder, man sieht sich, es gibt auch immer Alumni-Veranstaltungen, wie gesagt. McKinsey selbst ist eine, sagen wir so, sehr renommierte Firma und auch eine Firma, die ihre Mitarbeiter grundsätzlich gut behandelt. Gut. Also ich sage mal so, die goldenen Zeiten, wo McKinsey wirklich elitär war, waren zu den Zeiten von Herbert Hensler, wo der auch sein eigenes Hotel in Kitzbühel aufgemacht hat, wo er mit den CEOs der größten DAX-Konzerne in Jürgen Schrempf und so weiter Bergsteigen war und dort die Pläne entworfen hat. Damals war McKinsey wirklich eine Elite-Schmiede, wo man, wenn man dort gearbeitet hat, entweder fast garantiert war, wenn man sich nicht dumm angestellt hat, dass man entweder DAX-Vorstand wird oder McKinsey-Direktor mit einem für damalige Zeiten üppigen Salär, einem großen Dienstwagen und allen anderen, was dazugehört. Aber heute sind die Beratungsfirmen zu groß, ja, das heißt, dass sie sind nicht mehr so elitär, wie sie mal waren und auch zu bürokratisch geworden. Die Gehälter sind nicht mehr attraktiv, vor allem im Verhältnis dessen, was man in der digitalen Welt oder als Unternehmer verdienen kann, was vor 20 oder 30 Jahren einfach noch nicht diese Möglichkeiten gegeben hat. Auch die Reputation ist nicht mehr das, was es mal war, weil fast alle großen Beratungshäuser, gerade auch McKinsey, hatten einige schwerwiegende Skandale. Weil McKinsey hatte ein großes Problem, dass sie mitgeholfen haben, die Hunter-Strategie der Swiss-Jahr zu erstellen. Der Ex-McKinsey-Chef Raja Gupta ist auch, nehmen wir es mal wegen Insider-Trading, ins Gefängnis gegangen. Also die großen Beratungsfirmen haben nicht nur sich mit Lorbein begleitet, Monitor, wo ich auch mal gearbeitet habe, ist 2008 bankrott gegangen. Einige andere Beratungsfirmen sind auch in ein Schieflager gekommen. Das heißt, so die goldenen Zeiten sind vorbei und ja, es ist noch immer ein gewisses Sprungbrett, aber bei weitem nicht mehr das, was es war. Du hast gesagt, man lernt da, wie die großen ticken, also große Unternehmen, wie die funktionieren. Würdest du sagen, das lernt man da heute noch? Ich glaube ja, na sicher. Nur mit dem Unterschied, dass eben die Teams heute so groß sind, dass man immer mehr nicht mehr mit der Spitze zusammenarbeitet. Was interessant ist, wenn es eine kleine Elite-Truppe ist, dass man wirklich, wenn man jung ist, mit dem Vorstand zusammensitzt, das ist interessant. Wenn man mit irgendwelchen, wenn man mal Vize-Abteilungsleitern zusammensitzt in irgendeinem grauen Büro, macht es deutlich weniger Spaß. Was denkst du, haben junge Leute davon, dass sie schon früh verstehen, wie die großen ticken, wie du es beschrieben hast? Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wenn du sagst, ich will mal in einen Konzern gehen, dann kannst du natürlich dort das Sprungbrett dir bauen oder in eine Management-Position. Oder du kannst nicht sagen, wenn du später mal B2B an einem Konzern verkaufst, weißt du, wie langsam und mühselig diese Verkaufsprozesse sind. Oder du kannst auch sagen, ich will mehr Freiheit haben, das ist nichts für mich. Ich will nicht so viel Steuern zahlen, dann musst du einen anderen Weg gehen. Du hast gesagt, neben der Art und Weise, wie die großen ticken, lernt man Analysen, Präsentationen. Was von diesen Fähigkeiten bist du heute vielleicht noch dankbar für, dass du das kannst? Machst du noch Präsentationen? Also fairerweise mehr gelernt habe ich bei JP Morgan. Bei JP Morgan, das Trainingsprogramm war wirklich gut. Weil dort war vor allem das wirtschaftliche, so Bilanzenlesen und all diese Sachen, SSI-Statements analysieren, das war deutlich besser. Also dort habe ich wirklich in dem Trainingsprogramm, das war sehr gut. Das war natürlich ein harter Schinder an der Wall Street, aber die Amerikaner sind halt da beinart. Und natürlich muss ich Präsentationen für meine Seminare machen, aber die lasse ich halt dann erstellen. Ich zeichne es halt auf und lasse sie dann machen. Also wie gesagt, es hilft sicherlich teilweise auch analytisch zu denken und so weiter, aber ich glaube, es gibt heute, wie gesagt, deutlich interessantere Plätze, wo man mehr verdienen kann, wo man lernen kann. Ja, die Zeiten, wo heute, es gilt übrigens auch für das Investmentbank, für das Klassische. Ja, also die Zeiten, wo, nennen wir es mal Goldman Sachs oder Morgan Stanley, die first choice der smartesten Leute der Welt sind, ist lange vorbei. Weil Morgan Stanley oder Goldman Sachs weder die besten Gehälter zahlen können, noch die besten Arbeitsbedingungen bieten, noch die beste Reputation, noch die besten zukunftserwarteten Verdienste. Und das gilt natürlich noch mehr für die Beratungsfirmen, weil die heute im Konkurrent steht zu Silicon Valley und zu anderen Tech-Firmen, wo man sowohl als Angestellter mit den entsprechenden Fähigkeiten sehr, sehr viel verdienen kann, als auch gerade im digitalen Bereich, aber auch im anderen Bereich Unternehmertum. Und da habe ich mehr Freiheit, zahlt weniger Steuern und wenn ich geschickt bin, habe ich halt viel, viel mehr Verdienst. Und gleichzeitig ist natürlich auch so der Coolness-Faktor, der ja auch gerade bei oft Elite-Uni-Absolventen der Fall ist, hat sich auch geändert. Ich meine, wie ich in Harvard war, war Goldman Sachs oder McKinsey, war so, nennen wir es mal, the gold standard. Und J.B. Morgan Stanley ähnlich nachgelagert. Das war so, ja, wie wenn es immer sagt, ja, ich habe ein neues Rolls oder Bentley, der Automobilbranche. Und diesen Goldstandard ist heute vorbei. Also definitiv. Ist vielleicht noch ein solider Audi oder Mercedes. Aber der Goldstandard ist erfolgreiches Unternehmertum, wo es genügend Leute gibt, auch bei meinen Fans, die schon Anfang 20 erkleckliche Unternehmen haben, die oft, nehmen wir es mal, sechsstellig verdienen, teilweise siebenstellig Umsatz machen, oft schon vor 25 auf 20 Wohnungen und so weiter haben. Also heute gibt es ganz andere Möglichkeiten. Das ist cool. Oder Impact, Reichweite. Ja, ich meine, es gibt genügend Social Media Stars, die sind knapp aus der Schule heraus und haben Reichweite, die, wenn man es mal, sich mit den größten Medien des Landes misst. Das ist cool. Die größten TikTok-Stars in den USA sind teilweise zehn, neun Jahre alt, habe ich letztens gehört. Ja. Also, da muss man klar sein, da stellt sich schon die Frage, wieso so meinen Anzug anziehen und mich in bürokratische Strukturen zu zwängen. Das gab es damals wohlgemerkt nicht. Ja, es gab auch damals Unternehmen, aber das war ein viel härterer Job und das war, wenn man es mal, es gab nicht so viele Finanzierungsquellen, es gab nicht so viele Möglichkeiten, das zu lernen. Und es gab eben vor allem nicht die Möglichkeit, mit Hilfe der digitalen Welt und Ökonomie mit relativ wenig Kapital sehr schnell zu skalieren und sehr schnell große Unternehmen aufzubauen, was heute möglich ist. Und gleichzeitig ist auch das Wachstum heute woanders. Ich meine, der digitale Bereich wächst, ich sehe es am eigenen Leib. Ich habe mehrere Asset-Klassen, ich habe eine Investmentbanking-Firma, eine Immobilienbesitzgesellschaft mit knapp 200 Wohnungen und eben auch die größte deutschsprachige Online-Finanzausbildungsplattform. Und das Geschäft verdoppelt sich jedes Jahr. Da braucht man einfach nur hingreifen und aktiv sein. Und einige Leute, die uns beraten auch in dem Bereich oder die für uns IT und Online-Marketing machen, sind, nehmen wir es mal, Anfang 20. Und die würden dann über ein Einstiegsgehalt von McKinsey, BCG, nehmen wir es mal, nur lachen. Nochmal ganz kurz zu dir. Damals in der Zeit, wir haben den Faden fast zu Ende erzählt. Du warst da, du hast gelernt, wie die Großen funktionieren. Du hast damals noch genießen können, dass es ein sehr elitäres Umfeld war, ein Prestige. Ich sage mal so, ein relativ elitärer, sehr elitärer, es war zehn Jahre früher. Okay. Ja, also sagen wir so, wie die Deutsche Bank Bankers Trust gekauft hat. In Amerika, da haben die noch keine Ahnung gehabt, wie das funktioniert, oder Morgan Grenfell. Das war die Welt noch nicht so vernetzt. Und da haben die Berater, die das Wissen aus Amerika geholt haben, first hand, oder aus Asien, eine ganz andere, bedeutendere Rolle gehabt. Wieso bist du damals raus? Also, ich weiß nicht, wie lange warst du da? Ich weiß nicht, wie lange warst du da? Weil ich es schnell gesehen habe, es gab zwei einschneidende Dinge. Nummer eins habe ich gesehen, am Gehaltszettel zahle ich 50% Steuern, haben wir gesagt. Nein. Da wird man nicht reich damit, das dauert zu lang. Und als Unternehmer, wie ich sehr schnell erkannt, zahlt man 25. Auch da habe ich verstanden, okay, das geht ein bisschen schneller. Einfache Rechnung. Nur, wenn man dasselbe verdient. Und das zweite Thema war, haben wir gesagt, der Chef von McKinsey hat einen Ferrari Maranello, das war damals der teuerste Ferrari. Und da haben wir gedacht, wenn ich so lange warten muss, wenn man sowas leisten kann, weil ich immer ein großer Autofrick war, dann mache ich was falsch. Sorry. Und da war aber klar, ich muss irgendwas tun. Und das dritte war, ich war auch sehr freiheitsliebend und mich an Regeln zu halten. Und mir von irgendwelchen Leuten, die teilweise qualifiziert waren, teilweise unqualifiziert waren, dafür, mir irgendwas sagen zu lassen. Das hat mir auch nicht viel Spaß gemacht. Wobei, wie gesagt, noch einmal, McKinsey ist keine schlechte Firma. Aber für jemanden, der Freiheit liebt, Kohle liebt, schnelle Autos liebt und den Leuten gerne auch mal das Bakio-Zeichen zeigt und die klare Meinung sagt, ist ein großer Konzern nicht der richtige Ort. Was denkst du heute über Berater oder über Leute, die sagen, sie sind Unternehmensberater in einem dieser großen Konzern? Also, jemand, der Berater war, wird bei uns einen schweren Job kriegen. Mit Ausnahme, wie gesagt, der Digitalisierungsbranche. Das ist ein großer Markt, wo du verschiedenste Branchen in die digitale Welt führen musst. Von Steuerberatern bis hin zu Medizinern, bis hin zu Rechtsanwälten, bis hin zu Handwerkern, bis hin zu Autohändlern, was auch immer alles gibt. Da ist ein enormer Bedarf und das wird sicherlich in den nächsten Jahrzehnten ein sehr großer Markt. Nimm als Beispiel Steuerberater. Ich glaube, in Deutschland gibt es 30.000. Durch die Digitalisierung werden 15.000 verschwinden. Und 15.000 müssen sich umstellen. Die meisten von denen werden es nicht aus eigener Kraft schaffen. Und das gilt für fast jede Branche. Das heißt, da ist viel Geschäft zum holen. Per Definition. Und dasselbe gilt natürlich auch, wenn man größere Konzerne berät. Das eine sind immer klassische, kleinere Dienstleistungsbranchen. Das ist eher unternehmerisch geprägt. Das andere ist eher im Konzern geprägt. Auch dort ist ein großes Wachstum. Aber der Rest. Verstanden. Berater sind meistens schlechte Unternehmer. Berater, genauso wie Investmentbanker oder Rechtsanwälte oder Steuerberater lernen nicht, oder Ärzte, lernen man nicht Unternehmer zu sein. Man lernt das Gegenteil. Man lernt, dass man Spezialist in etwas ist und dafür viel Geld kassiert. Und als Unternehmer muss man ganz andere Fähigkeiten haben als Dienstleister. Diametral entgegengesetzt. Weil als Investmentbank geht es darum, dass der Deal eingelocht ist. Oder als Berater geht es darum, dass der Kunde happy ist und dass man einen großen Auftrag an Land zieht. Sogenannter Rainmaker. Aber als Unternehmer muss ich schauen, wie strukturiere ich Leute, dass die großen Aufträge für mich heranziehen. Wie stelle ich die richtigen Leute dafür ein? Wie baue ich die richtigen Strukturen, dass es automatisiert abläuft und vieles mehr? Das ist ganz spannend, weil super viele Leute aus meiner Community mich anschreiben und noch so ein bisschen das Ziel haben zu sagen, ich gehe als erstes in die Beratung, um dann schnell zu lernen, wie Unternehmertum funktioniert, wie eine Branche funktioniert, wie verschiedene Player innerhalb von einer Branche funktionieren und dann mache ich mein eigenes Ding. Ja, das ist besonders dumm. Viel dümmer geht es nicht. Das ist wie wenn ich jetzt sage, ich will von Frankfurt nach München, aber ich nehme den Umweg über Novosibirsk. Auf diese Art und Weise kommen wir auch nach München, aber es gibt auch einen direkten Weg. Okay. Was empfiehlst du Leuten, die sowas heute sagen? Für ein Unternehmer arbeiten. Wenn man reich werden will, lernen wir es von jemandem, der reich ist. Wenn man Golfi-Profi sein will, lernen wir es von einem Golf-Profi. Wenn man Unternehmer werden will, lernen wir es von einem Unternehmer. Wenn man Immobilieninvestor werden will, lernen wir es von einem Immobilieninvestor oder von einem Bausträger. Und dann erspart man sich natürlich einiges. Und auch dann, wie gesagt, ich glaube, wenn man sagt, ich will beispielsweise mithelfen, eine Branche zu digitalisieren, ist jetzt auch nicht gesagt, dass unbedingt der Beratungsweg über eine Beratungsfirma der Ideale ist. Es kann auch sein, dass du sagst, ich bin halt der Steuerberater oder jemand, der die Branche versteht. Hab vielleicht dort gearbeitet, hab die Probleme live gesehen und hab auch genügend Geld angesammelt, damit ich das rumsetzen kann. Da habe ich von mir mehr erfahren, als wenn ich das immer noch von außen irgendwie sehe. Wem würdest du heute noch empfehlen, in die Beratung zu gehen? Dann sind es jetzt definitiv nicht mehr die Unternehmer, aber was sagst du, wer ist dafür prädestiniert? Was muss ich für ein Typ sein, damit es Sinn macht, zu einer dieser Companies zu gehen heute? Ein braver, pflichtbewusster Typ. Der gern Steuern zahlt? Ja, und der halt generell, nehmen wir es mal, das abarbeitet, was ihm irgendjemand vorgibt. Und darin relativ gut ist und relativ belastbar ist und bereisebereit ist und so weiter. Glaubst du, Beratung wird nochmal ein bisschen den Glanz zurückfinden in irgendeiner Form? Oder sagst du, du bist durch? Wenn etwas so einen Glanz verloren hat, ist es sehr schwer, es zurückzubekommen. Und gerade jetzt in dieser digitalen Zeit verliert vieles ihren Glanz. Ich meine, die Automobilindustrie ist auch am Hohen Ross gesessen. Die Zeiten sind vermutlich für immer vorbei. Dass Mercedes, BMW, Audi und Porsche am Hohen Ross des globalen Luxusautom-Oligopol sitzen. These times will never come back. Und dasselbe gilt auch für das Bankgeschäft. Das klassische Bankgeschäft war sicherlich, wenn man mal hat seine goldenen Zeiten, ja auch ein Beispiel, ja. Ich habe zum Beispiel mal einen alten Banker getroffen, ja. Der hat sogar noch im Büro geraucht, was ganz selten ist. Und er hat gesagt, wie geht das, ja. Das war so ein Lebe-Mann, ja. Und dann hat er gesagt, sein Büro ist extraterritoriales Gebiet. Der hat noch einen uralten Vertrag gehabt und der hatte zwei Sekretärinnen, ein riesen 50-Quadratmeter-Büro, einen großen Mercedes als Dienstwagen mit Chauffeur. Das war einer in seinem Vertrag damals festgeschrieben, der hat vermutlich genügend Informationen auch über alles gehabt. Dann hat er gesagt, bis zur Pension erfüllen wir halt den Vertrag. Ja, und er hat auch gute Kundenbeziehungen gehabt, aber das war's, ja. Der Glanz und auch die Macht des Bankbankers sind in dieser Form des individuellen Bankers, nicht der Institution als solches, die hat viel Macht, aber die individuellen Bankers sind vorbei. Genauso Journalist, ja, durch die, nehmen wir es mal früher, wenn jetzt ein Journalist in einer großen Zeitung gekommen ist, ja, also da hat der Vorstandsvorsitzende persönlich abgehoben. Aber heute ist der Journalist weniger wichtig, als wenn man so schon mit ihr ist da. Und der vielleicht 18 oder 19 ist, der kann mehr Schaden anrichten. Und Bleibänder werden schaden, als eine Zeitung. Das gilt noch nicht ganz für die Politik, daher sind die Zeiten noch relativ stark, aber in der Wirtschaft, ja, es richtet noch einen gewissen Schaden an. Man muss schon auch aufpassen, es ist nicht so, dass die verschwinden, aber der große Glanz, ja, das, ja, ist vorbei. Und da gibt es sehr, sehr viele Branchen. Und dafür haben wir andere Branchen den Glanz, ja. Man sieht das ja auch in der Beratungskapitalisierung von vielen, wer sind die wertvollsten Firmen der Welt? Apple, Amazon, Google. Ja, und dort ist der Glanz. Man darf sich eines nicht unterschätzen, ja, wenn man da irgendwelche Optionen und so weiter hat, von 1.000 Milliarden Dollar sind 1% 10 Milliarden, 0,1% 1 Milliarde, 0,01% 100 Millionen und 0,001% 10 Millionen. Da ist ein anderer Glanz. Und eine andere Coolness. Eine andere Relation. Und auch eine andere Coolness, wenn ich als 20-Jähriger mehr Reichweite habe als eine große Zeitung. Das ist cool. Und dort wird eigentlich auch mehr Geld verdient. Das ist logisch. Und das hat jeder in der Branche ihre Saison und ihre Season. Und heute sind es eben einige, oder viele digitale Branchen, das wird sich auch ändern. Also zum Beispiel im Online-Marketing werden, in ein paar Jahren wird der Algorithmus von Facebook und Google und Amazon viele Online-Markete arbeitslos machen. Das heißt, da wird sich die Industrie wieder drehen. Aber die Beratungsindustrie, also der Sommer mit der scheinenden Sonne, ist definitiv derzeit woanders. Für viele ist in der Situation, wo wir gerade die Fragen hingeworfen haben, ist so eine wegweisende Entscheidung Consulting oder auch Investmentbanking. Sagst du bei Investmentbanking genauso wie Beratung, auch glanzverloren, Zug abgefahren? Ja, weder noch. Weder noch. In Wirklichkeit, wenn du ins Investmentbanking gehen willst und die richtig cool guten Gagen von Goldman Sachs, Morgan Stanley, da was kassieren willst, bist du der im Bereich künstliche Intelligenz und Data Science, der die Algorithmen programmiert, der die Investmentbanking-Analysten und Kreditsachbearbeitung ersetzt. Da arbeitest du die Hälfte der Zeit von einem normalen Investmentbanker und verdienst das Dreifache. Und diktierst deinem Arbeitgeber die Spesen, die du haben willst. Als normaler Investmentbanker musst du heute auch auf Englis fliegen. Aber in der Holzklasse. Während der Online-Marketer mit 20 mit eigenem Geld in der Business Class setzt. Schönes Schlusswort, würde ich mal sagen. Gerald, vielen Dank erstmal dafür. Was sagst du? Wo kann man mehr über dich erfahren? Mehr über, ja, vielleicht nicht den Einstieg ins Consulting, aber in eine zeitgemäßere Zukunft? Also, ich habe eine Online-Plattform, die heißt www.investinpunk.academy. Die besteht aus etwa 55 Videokursen, wo man lernt, wie man Geld verdient, Geld investiert und Firmen aufbaut. Da ist viel über Unternehmensbeteiligungen, Holdings, Steuern, Bilanzen, Immobilienkauf, Immobilienfinanzierung, Immobilienentwicklung, Online-Marketing, Digital Business und vieles, vieles mehr. Also Dinge, die man früher nur in der Beratung lernen konnte. Ja, heute lernen. In denen sind heute zugänglich für alle. Ja, und ich biete natürlich auch Seminare, Masterclasses zu diesen Themen an, zusätzlich zu den Online-Kursen und dort finden wir alles über mich. Und auf Social Media kann man auch folgen, auf Investmentpunk, auf Instagram und Facebook. YouTube. Auf YouTube. Auf Investmentpunk Academy. TikTok ist das nächste, LinkedIn auch. Das heißt, wir sind überall präsent und wir fahren mit Vollgas in Richtung Expansion des, nehmen wir es mal, digitalen Geschäfts und einerseits sowohl des Online-Education-Geschäfts als auch den Synergien vor allem mit dem Immobiliengeschäft, wo ich mich natürlich auch an digitalen Plattformen beteilige, die dann zum Beispiel verschiedene Dienstleistungen für Immobilien anbieten, weil ich ja doch eine große Affinität zu Immobilien habe. Ich habe ja selbst knapp 200 im Rhein-Main-Gebiet, in Stuttgart, in Hannover und in Wien und beginne jetzt auch in Mailand zu kaufen und dann macht es natürlich Sinn, die Synergien der Marke zu nutzen. Und vielleicht auch eines noch als kleiner Hinweis, heute mache ich 90% meines Investment-Empfänger-Geschäftes kommt über meine Marke. 50-60% meines Immobilien-Deals kommen über meine Marke. 80% meines Social Lives. 100% meines Immobilien-Guides für neue Märkte. You name it. Das heißt, der Trend, wenn du heute die digitale Welt ignorierst, wo wirklich das starke Wachstum passiert, dann wirst du einfach nehmen wir uns mal Audi A4 fahren oder bald nochmal Audi A3 oder bald nochmal Audi A1 und bald nochmal Dacia. Während die Leute das richtig kapieren, sie kennen Schuss zwischen Tesla, Roadster, wenn es umweltfreundlich sein soll oder Ferrari oder Aston Martin, aber die limitierten Modelle. Das ist der große Unterschied. Und vielleicht noch ein letztes Zitat, das wir haben auch bei der Invest Empfang Academy haben wir jetzt einen Kurs gemacht über datengetriebene Medizin mit einem Professor aus Heidelberg. Und ich habe mal gefragt, wie viele Leute, Mediziner, sich mit dem Thema auskennen. gesagt, in Deutschland gibt es vielleicht 100 Spezialisten dafür. Aber sie sind so begehrt, also die können das Gehalt sagen, was sie wollen und sämtliche Wünsche und die werden ihnen erfüllt. Weil der Markt wächst so gewaltig, weil er beispielsweise vielen Menschen sehr viel Hilfe bieten wird, wenn Leute länger leben, wenn sie Krankheiten vorher kennt und ähnliches. Will jeder, ja. Ja, aber es kann niemand. Und man geht immer dorthin, wo die Nachfrage groß ist und das Angebot klein. Das ist Wachtwirtschaft 1.0, da verdienen wir viel Geld. Und dort ist der Glanz. Und wird der Glanz in Zukunft sein. Und der ist definitiv nicht mehr im Consulting und auch nicht im klassischen Investor Banking. Das ist Audi A4 Level. Sehr cool. Weil you don't want to be fucking average. Gerhard, vielen, vielen Dank. Sehr spannende Impulse zum Thema Consulting. Ich glaube gleichzeitig auch Einblicke in deine Vergangenheit, die man so noch nicht gehört hat. Sehr cool. Danke dir herzlich, dass du hier am Start warst. Und jetzt seid ihr gefragt. Genau, lasst uns gerne mal wissen, was ihr von der Folge haltet. Über die Kommentare oder schreibt es uns gerne direkt bei Instagram. Wir packen auch von Gerald alles unten mit rein. Und mir bleibt nur sagen, danke Gerald. Und an euch bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, let's talk about consulting. Ciao. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.